Heute das Gestern für Morgen Nutzen. Vor gut acht Jahren haben wir vom Netzwerk Apostolische Geschichte etwas aufgebaut. Wir haben im Brockhagen bei Bielefeld eine ehemalige Kirche umgebaut. Wir haben Wände gestrichen, eine Küche eingebaut, Regale besorgt, Stühler, Beamer und vieles mehr und so entstand das erste öffentlich zugängliche Archiv zur Apostolischen Geschichte. Das alles war nur möglich, weil damals Dutzende Helfer mit angepackt haben und viele weitere Menschen uns mit Spenden und guten Worten unterstützt haben. Und wir konnten das Gebäude für einen günstigen Preis mieten. Einen Euro plus Nebenkosten. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Das Gebäude im Brockhagen, das wichtigste Archiv zu unserer Geschichte, soll erhalten bleiben, solange es geht. Deshalb wollen wir es kaufen. Wir vom Netzwerk Apostolische Geschichte. Das soll aber kein Projekt einer kleinen editären Gruppe sein. Unsere Geschichte geht uns alle an und wir möchten das Archiv, dieses Projekt, von ganz vielen Schultern getragen wissen. Deshalb rufen wir euch auf. Wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, unterstützt uns dabei, das Archiv Brockhagen zu kaufen. Schon ein paar Euro helfen uns, entweder einmalig oder regelmäßig. Hier seht ihr die Kontoverbindung. Das Netzwerk ist gemeinnützig. Wenn ihr eine Spendenquittung gebrauchen könnt, gebt bei der Überweisung einfach Name und Adresse an. Heute das Gestern für Morgen nutzen. Nur wenn wir unsere Vergangenheit kennen, können wir daraus für die Zukunft lernen. Helft uns dabei. Wir brauchen euch. Vielen Dank.